Der Trojanische Krieg ist ein zentrales Ereignis der griechischen und der römischen Mythologie. Homers Ilias schildert entscheidende Kriegsszenen während der Belagerung der Stadt Troja durch das Herr der Griechen, die in der Ilias Achaia genannt werden. Dabei wird insgesamt allerdings nur von 51 Tagen der zehnjährigen Belagerung berichtet. Andere Ereignisse sind durch andere Epen innerhalb des sogenannten epischen Zyklus überliefert. Mythischer Auslöser des Trojanischen Krieges war die Entführung der Helena, der Ehefrau des Menelaos, durch Paris. Den Sohn des Trojanischen Königs Priamors daraufhin zogen die vereinten Griechen gegen Troja, um sich zu rächen. Trotz zehnjähriger Belagerung gelang es jedoch nicht, die stark befestigte Stadt zu erobern. Auf Rat des Odysseus bauten die Griechen endlich ein großes hölzernes Pferd, in dem sich die tapfersten Krieger versteckten. Und täuschten die Abfahrt ihrer Schiffe vor. Die Trojaner holten entgegen den Warnungen der Kassandra und des Priesters Laorkon das Pferd in die Stadt. In der Nacht kletterten die Griechen aus ihrem Versteck, öffneten die Tore und konnten so die Trojaner überwältigen. Aus dieser Begebenheit heraus entstand der bis heute gängige Begriff des trojanischen Pferdes. In einer anderen Version heißt es, dass die Griechen das Pferd so groß gebaut hatten, dass es nicht durch Trojas Tore gepasst hätte. So haben dann die Trojaner die eigenen Mauern eingerissen, um das hölzerne Pferd in die Stadt zu holen. Geschichte des Krieges In der Antike wurde die Ilias als geschichtlicher Bericht verstanden. Der Fall Trojas wurde von antiken Autoren zwischen 1334 und 1135 v. Chr. datiert. Wobei sich die meisten Datierungen in einem Zeitraum vom Ende des 13. Jahrhunderts bis zum frühen 12. Jahrhundert v. Chr. bewegen. In der heutigen Forschung wird der Krieg, so man ihn für nicht fiktiv hält, allgemeiner im 12. oder 13. Jahrhundert v. Chr. angenommen. Die Stadt Troja lag bei den Dardanellen. Heinrich Schlimmern begann 1871 mit Ausgrabungen am Hügel Hisalik im Nordwesten der heutigen Türkei und identifizierte die dort von ihm gefundenen Ruinen als das von Huma beschriebene Troja. Der Bezug der damit verbundenen Berichte Homers auf eine einzelne Auseinandersetzung wird von einigen Geschichtsforschern allerdings weiterhin bezweifelt. Sie nehmen an, dass Homers Ilias eine Synthese aus Berichten über verschiedene Auseinandersetzungen zwischen Griechenland und seinen Nachbarn darstellte, deren Anlass die Kontrolle der freien Durchfahrt durch die Dardanellen war. Die herrschende Meinung ist jedoch, dass Huma im Kern einen tatsächlich stattgefundenen Krieg geschildert habe. Inhaltliche Hinweise datieren die Ereignisse in die späte Bronzezeit, also vor das 10. Jahrhundert v. Chr. Was auch zu den Ergebnissen der Ausgrabungen am Hügel Hisalik passen könnte. Dort wurden, neben passenden Spuren von Gewalteinwirkung, Hinweise auf ein lebhaftes Handelszentrum, insbesondere bis zum 12. Jahrhundert v. Chr. und reiche historische Schätze gefunden. Es ist allerdings trotz intensiver Grabungen weiterhin unklar, welche Siedlungsschicht des Hügels das Troja zur Zeit des Trojanischen Krieges darstellt, Mythos des Trojanischen Krieges. Neben Homers Ilias und Odyssee finden sich weitere antike Quellen, die Homers Darstellung ergänzen. Unter ihnen hervorzuheben sind der epische Zyklus, der die Vor- und Nachgeschichten des Trojanischen Krieges enthält. Die Ennistis Vergil sowie die beiden spätlateinischen Berichterstatter Dictus Cretensis mit seiner Ephemeris Billy Trojani und Daris Phrygius. Mit seinen Akta di Urna Billy Trojani. Vom Mittelalter bis zu Shakespeare waren die drei letzteren Texte das Fundament aller literarischen Bearbeitungen des Trojanischen Krieges und noch. Goethe griff in seinem Plan für eine Achilleis darauf zurück. Vorgeschichte Die Vorphase des Trojanischen Kriegs bis zu den ersten Kampfhandlungen wurde im nicht erhaltenen Eposcaiprie erzählt. Das Urteil des Paris Die Göttinnen Hera Athene und Aphrodite waren zusammen mit den übrigen olympischen Göttern zur Hochzeit des sterblichen Helden Pelois mit der Göttin Thetis eingeladen. Eris, die Göttin der Zwietracht, war als einzige Göttin nicht eingeladen. Sie warfe daraufhin einen goldenen Apfel mit der Inschrift Kappa Alpha Lambda Lambda Iota Sigma Tau in die Runde und löste damit einen Streit zwischen Hera, Athene und Aphrodite aus, weil jede der Göttinnen den Apfel für sich beanspruchte. Die drei baten Zeus zu entscheiden, welche von ihnen die schönste sei. Dieser wollte es jedoch klugerweise vermeiden, sich diese Wahl aufzubürden. Da Aphrodite und Athene seine Töchter und Hera seine Ehefrau und Schwester waren, also ließ er Hermes kommen und trug ihm auf die Göttinnen zu Paris, dem schönen, wenn gleich verstoßenen Königssohn Troas zu bringen. Damit dieser entscheide, alle drei Göttinnen versuchten Paris Kunst durch Bestechung zu erlangen. Hera versprach politische Macht und Dominanz in Asien, Athene Weisheit und Kriegskunst. Aphrodite jedoch lass Paris' Wünsche am klarsten, indem sie ihm die schönste Frau auf Erden versprach, nämlich Helena. Diese war allerdings bereits die Frau des Königs Menelaus von Sparta. Schließlich sprach Paris den Apfel der Aphrodite zu, womit er sich den Zorn der anderen beiden Göttinnen zuzog. Diese versuchten nun ihm zu schaden, wo sie konnten. Bei dem Nüchternen und Umskepsis und Entmythologisierung bemühten Daris reduziert sich das Urteil des Paris auf einen motivierenden Traum. Desselben, die Flucht von Paris und Helena. Bevor Helena die Gattin des Menelaus geworden war, hatten viele der Griechen Könige, die alle untereinander verfeindet waren, um sie geworben. Um nach der Wahl ihres Bräutigams den Frieden in Griechenland zu erhalten, hatte Odysseus dazu geraten, dass alle Bewerber einen Eid ablegen sollten, Helenas Wahl anzuerkennen und die Ehe Helenas zu verteidigen. Als Paris nun Helena traf, erfüllte Aphrodite ihr Versprechen und sorgte dafür, dass Helena sich in Paris verliebte. Beide flohen gemeinsam nach Troja. Die unter den Griechen von Menelaus aufgerufenen Eidpflichtigen zogen nun unter dem Heerführer Angamemnon, seinem Bruder und König von Mykene. Gegen Troja, sehr zur Freude von Hera und Athene, Datierung des Krieges. Da es sich beim Trojanischen Krieg um ein bedeutendes, relativ spätes Ereignis der griechischen Mythologie handelt, gab es schon in der Antike Versuche, den Krieg zu datieren. Gewöhnlicherweise basierten diese Ansätze auf Genealogien von Königen. So gibt Ephorus 1135 v. Chr., Sosibios 1172 v. Chr., Eradostnus 1184 bzw. 1183 v. Chr., Thaimaios 1193 v. Chr., die Parische Chronik 1209-1208 v. Chr., 1191 v. Chr. und Duris 1334 v. Chr. für das Ende des Krieges an. Ephorus nennt als exakten Tag den 23. 1234 v. Chr. Tautschlien und Hellanikos den 12. Tautschlien, wogegen andere auf den 23. Schirophorion oder 23. Pyanevchen datieren. Juma beschreibt eine Zerstörung Trojas einige Zeit vor dem Krieg durch ein Erdbeben. Einige Forscher identifizieren dieses Ereignis mit dem Ende von Troja VIH, das nach den Untersuchungen von Kalblegen durch ein Erdbeben zerstört wurde. Der Nachfolger Troja VIH ist nach den bisherigen Erkenntnissen eine etwas ärmere Stadt gewesen und wurde vermutlich um die Mitte des 12. Jahrhunderts v. Chr. durch ein Feuer zerstört. Die genaue Datierung ist jedoch strittig. Episoden des Kriegszuges Die Rekrutierung eines Heeres Paris brachte mit der Verschleppung Hellenans Schande über die Familie des Minilaos. Um der Würde und dem Ruhm der Atriden wieder zu neuem Glanz zu verhelfen, begann dieser umgehend ein Heer zu mobilisieren. Das stark genug sein sollte, die massiven Tore Trojas zu überwinden. Bei dieser Aufgabe kamen ihm die Treueide seiner früheren Konkurrenten, die um die Hand der schönen Hellener angehalten hatten, zu Hilfe. Auf Rat des Odysseus hatte Hellenas Vater Tindorios sämtliche Werber um Hellenas Hand vor der Entscheidung schwören lassen, dass sie dem Auserwählten in Zukunft gegen jeden Gegner beistehen würden. Da Hellena viele Werber aus ganz Griechenland gehabt hatte, fiel es Minilaos nicht sonderlich schwer, eine mächtige Streitmacht aufzustellen. Achilleus nimmt am Krieg teil, die Achaia belagerten Trojan neun Jahre. Dieser Teil des Krieges ist weniger erwähnt, die überlieferten Quellen sprechen bevorzugt über die Ereignisse im letzten Jahr des Krieges. Nach der ersten Landung war die Armee in ihrer Gesamtheit erst wieder im zehnten Jahr gesammelt. Tukydides folgert. Aus Mangel an Geld und aufgrund unzureichender Verpflegung überfielen sie zunächst trojanische Verbündete und verbrachten einige Zeit mit Landbau. Auf der thrakischen Halbinsel. Der Serkalchas hatte vorher gesagt, dass die Griechen ohne die Teilnahme des Achilleus am Krieg Troja nicht besiegen würden. Tethes, Achilleus' Mutter, wusste jedoch, dass Achilleus vor Troja fallen würde. Deshalb unternahm sie einiges, um ihren Sohn zu schützen. So verbarg sie ihn, als junges Mädchen verkleidet, am Hof des Lykomedes in Skyris. Dort hatte er ein Verhältnis mit Daidamaia, die seinen Sohn Neopetolemos gebar. Odysseus und Diomedes entlarvten seine Verkleidung, indem sie, als Händler auftretend, zum Hof kamen und ihn erkannten, als er ihre feilgebotenen Waffen bewunderte. Eine andere Geschichte berichtet, er habe beim Schall einer Trompete einen Speer zur Verteidigung ergriffen, anstatt zu flüchten. Begleitet von seinem Berater Foinis und seinem besten Freund Patroclus machte er sich daraufhin auf den Weg nach Troja. Für Achilleus ging es nur darum, dass sein Name nie vergessen würde. Der Zorn des Achilleus ist das zentrale Motiv in dem Helden-Nepos Elias von Hummer, der eine Episode von 51 Tagen herausgriff. Agamemnon und Iphigenie Artemis bestrafte Agamemnon, weil er eine heilige Hirschskuh in einem ihr Geweihtenhain erlegt hatte und sich rühmte, der Göttin bei der Jagd überlegen zu sein. Sie verhinderte die Abfahrer von Agamemnons Flotte bei Aulis in Böözien, indem sie eine Windstille bewirkte. Das Orakel des Priesters Galchasweis sagte, dass Agamemnon seine Tochter Iphigenie der Göttin zur Sühne opfern müsse. Um die Fahrt beginnen zu können, einige Versionen der Geschichte bestätigen, dass er seine Tochter opferte. Andere berichten, dass Artemis sie nach Tauris entrückte und an ihrer Stadt eine Hirschskuh geopfert wurde. Iphigenie diente dort auf der Krim den Tauriern als Priesterin der Göttin. Nach Hesiod wurde Iphigenie die Göttin Hekate. Chryseis und Briseis Achilleus hatte Briseis entführt und zu seiner Geliebten gemacht. Als Agamemnon aufgefordert wurde, das Orakel des Calchas zu befolgen und seine eigene eroberte Bettgefährtin Chryseis, Tochter des Apollon-Priesters Chryses aus Krüse, ihrem Vater zurückzugeben und so den Zorn Apollons zu beschwichtigen, bestand er auf Ersatz. Da Calchas vor der Weissagung Achilleus um Schutz gebeten hatte, weil er wohl wusste, dass Agamemnon über seinen Spruch nicht erfreut sein würde, nahm Agamemnon voller Hass auf Achilleus diesen Briseis Weg. Daraufhin bat Achilleus Wutenbrand und erfolgreich seine Mutter Thetis Zeus zu bewegen, die Trojaner so lange in allen Gefechten siegen zu lassen, bis ihm genug Tuung gegeben worden sei und weigerte sich fortan, am Kampf gegen die Trojaner und deren Verbündete teilzunehmen. Hektos und Patroklos' Tod als Achilleus nicht mehr an den Kampfhandlungen teilnahm und die Griechen deswegen in arge Bedrängnis gerieten, legte sein Freund Patroklos Achilleus' Rüstung an und zog in die Schlacht. Hektor erschlug ihn im Zweikampf und erbeutete so die Rüstung des Achilleus. Dieser schwor, den Toten Patroklos nicht zu bestatten, bis er Hektor getötet habe. Von seiner Mutter Thetis mit einer neuen, von Herr Feistos gefertigten Rüstung ausgestattet, trat er zum Zweikampf mit Hektor an. Dieser war schon von Aeas dem Großen verletzt worden. Achilleus jagte ihn dreimal um die Mauern Trojas, stellte und tötete ihn. Dreimal schleifte der Sieger den Leichnam des Getöteten am Streitwagen um Troja. Gestattete jedoch von Mitleid gerührt und unter Zureden seiner Mutter Thetis, die ihm zugleich auch Seus' Wünsche zur Freigabe des Leichnams überbrachte, dem König Priamos, Hektors Vater, der in der Nacht unter göttlichem Schutz mit einem Wagen voller Lösegeschenke zu ihm gekommen war, mit diesen den Leichnam seines Sohnes zur Bestattung freizukaufen. Für die Zeit der Bestattung und der Leichenfeier wurden elf Tage Waffenruhe vereinbart. Das erste Wort der Ilias bedeutet den Groll. Indem Achilleus endlich Mitleid zeigt und den Leichnam des Hektor auslöst, ist der Bogen, den die Ilias beschreibt, vollendet. Der letzte Gesang des Epos bringt die Lösung. Achilleus' Tod Kurz nach Hektors Fall besiegte Achilleus noch Memnon aus Äthiopien, Kyknos aus Kolonie und die Amazonenkönigin Panthesiläa, in die er sich noch in ihrem Todeskampf verliebte, kurz darauf wurde er von Paris vor dem Skeeschen Tor getötet. Dieser schoss ihm mit Hilfe des Apollon einen vergifteten Pfeil in seine Ferse. In anderer Version starb er durch einen Messerstich, als er bei einem Waffenstillstand die trojanische Königstochter Puluna aufsuchte. Seine Gebeine wurden mit denen des Patroclos vereint und genau wie Ajax lebte er, der Legende nach. Nach seinem Tode auf der Insel Leuke an der Donaumündung. Achilleus' Rüstung und der Tod des Ajax Nach Achilleus' Tod stritten Odysseus und der große Ajax, der jetzt der erste Held der Griechen war. Um Achilleus' Waffen und Rüstung Odysseus gewann den ausgeschriebenen Wettkampf und Ajax verfiel in Raserei und fiel über eine Herde Schafe her. Als er wieder bei Sinnen war, stürzte er sich aus Scham über seine Tat in sein eigenes Schwert. Orakelsprüche Die Griechen nahmen Helienes einen Seher und Sohn des Priamos gefangen, als sie schon seit fast zehn Jahren vor Troja lagen. Sie folterten ihn, bis er ihnen die Bedingungen für die Eroberung Trojas verriet. Die Griechen müssten im Besitz der Pfeile des Herakles sein, das trojanische Palladion stehlen, ein heiliges Götterbild der Pallas Athene, und den Sohn des Achilleus, Neopitholemos, in ihren Reihen haben. Die Voraussage eines weiteren Orakels, dass der erste Grieche, der von den Schiffen an Land gehe, auch als erster umkommen werde, wurde durch Protessilaus, den Anführer der Phylaka, erfüllt, Philoctetes. Philoctetes war Herakles' Freund und Waffenträger gewesen und erhielt nach dessen Tod seine todbringenden Pfeile und den Bogen, weil er dessen Scheiterhaufen entzündete, als sich sonst niemand dazu bereit fand. Er segelte als einer der Anführer auf Seiten der Griechen mit sieben Schiffen gegen Troja. Auf dem Weg wurde er jedoch auf der Insel Krüse, bei einer Rast von einer Schlange, wahrscheinlich einer Natter, gebissen. Da die Griechen seine Schmerzensschreie und die stinkende Wunde, die nicht heilte, nicht länger ertragen wollten, übernahm es Odysseus, ihn auf der Insel Lemnos auszusetzen. Medon übernahm das Kommando über Philoctetes' Männer, letzterer blieb mit seinen Waffen zehn Jahre lang alleine zurück. Philoctet war erzürnt, da man ihn in seiner Notlage wie ein krankes Tier ausgesetzt hatte und erst jetzt, da man seine Dienste benötigte, sich an ihn erinnerte, Odysseus wusste, dass Philoctet ihm keinesfalls aus freien Stücken in die Schlacht gegen Troja folgen würde. Daher stahl er heimlich die Waffen des Herakles und begab sich auf den Rückweg zum Feldlager des Angamemnon. Dies brachte Philoctet zur Raserei und er folgte Odysseus nach Troja. Auf dem Schlachtfeld angekommen, wurden seine Wunden von Asklepius oder dessen Sohn Machaon geheilt und wenig später war er auch schon in den ersten Kämpfen mit den Trojanern verwickelt, in welchen er mit den vergifteten Pfeilen des Herakles den Paris tötete, der Raub des Palladions. Odysseus' riskante Aufgabe, das Palladion zu stehlen, gehörte zu seinen schwierigsten Missionen. Es verbarg sich in einem Heiligtum hinter den Mauern Trojas. Eines Nachts gelang es ihm, als Bettler verkleidet, unbemerkt in Troja einzudringen. Nur Helena, die mittlerweile mit einem der anderen Söhne des Priamus vermählt war, erkannte Odysseus. Sie sehnte sich nach ihrer Heimat Sparta und so kam es, dass sie Odysseus den genauen Weg zum Palladion beschrieb und ihm Auskunft über die Anzahl der Wachen gab. Er schlich weiter zum Heiligtum und überrumpelte lautlos die Wachen. Als das Palladion sicher verstaut war, machte er sich auf den Rückweg zum Feldlager. Künftig mussten sich die Trojaner ohne diesen göttlichen Beistand verteidigen. Diomedes Diomedes gelang es beinahe, Aeneas im Kampf zu töten. Aphrodite, dessen Mutter, rettete ihn jedoch, indem sie ihn aus der Schlacht trug. Rasend vor Wut verletzte Diomedes sie dabei am Handgelenk, woraufhin Aphrodite ihren Sohn fallen ließ und weinend auf den Olymp flow, um sich von ihrer Mutter Dione trösten zu lassen. Aeneas wurde dann von Apollonen eine Wolke gehüllt und nach Pergamon gebracht, einem heiligen Ort in Kleinasien. Dort heilte und stärkte Artemis Aeneas übernatürlich. Als sich Diomedes später im Krieg im Zweikampf mit Hector befand, erblickte er den Aufseiten der Trojaner kämpfenden Gott des Krieges Ares. Diomedes forderte seine Soldaten zum geordneten Rückzug auf. Hera, die Mutter des Ares, sah dessen Einmischung und er bat sich von Zeus die Erlaubnis, ihn mit Hilfe seiner Schwester Athene vom Schlachtfeld zu vertreiben, dann forderte sie Diomedes auf Ares direkt anzugreifen. Seinen Speer lenkte Athene und verletzte Ares an der Weiche. Dieser floh darauf das Kampfgeschehen, ließ sich von Aphrodite trösten und pflegte seine Wunde sowie seine verletzte Eitelkeit. Unter dem Wüten des Diomedes wichen die Trojaner, den göttlichen Beistand vermissend, daraufhin zurück. Diomedes war damit der einzige sterbliche Grieche, dem es jemals gelang, gleich zwei der olympischen Götter zu verwunden. Glaukos Der Lykier Glaukos, ein Enkel des Belerophon, und der Tüdide Diomedes trafen sich voller Kampfgier auf dem Schlachtfeld. Diomedes wusste nicht, um wen es sich bei seinem Gegner handelte, während Glaukos sehr wohl wusste, mit wem er es zu tun hatte. Also sprach er, Diomedes bereits mein Großvater Belerophon war bei dem Deinen, Öneus zu Gast. Anführungszeichen Diomedes stieß daraufhin seine Lanze in den Boden. Er erneuerte die Freundschaft zwischen den Geschlechtern und tauschte mit Glaukos dessen goldene Rüstung gegen seine eigene Erne. Das trojanische Pferd, die Belagerung der Griechen, trat in das zehnte Jahr, als Odysseus die kriegsentscheidende List ersann. Scheinbar die Belagerung aufgebend, hinterließen die Griechen ein riesiges von Ippei ausgebautes Holzpferd, in dessen Bauch einige Griechen unter dem Kommando des Odysseus verborgen waren. Die Griechen ließen sie nun zurück, der die Trojaner von der Echtheit des Geschenks überzeugte. Obwohl die Seherin Kassandra, die die Schwester von Hector und Paris war, sie warnte, zogen die Trojaner das Pferd vor die Stadtmauern und brachen eine Bresche in ihre unerstürmbare Mauer, da das Pferd zu hoch für die Stadttore war. Nach der Siegesfeier der Trojaner konnten die im Pferd verborgenen Griechen unbemerkt das Stadttor öffnen und die zurückgekehrte Armee in die Stadt lassen. Troja wurde niedergebrannt und nur wenige Einwohner konnten entkommen. Meldung vom Sieg Aeschylus beschreibt in der Oresti Angamemnon Verse 280 bis 311 Die Benachrichtigung vom Sieg per Feuerpost über eine Staffel von Leuchtfeuern über hunderte von Kilometern hinweg nach Argos. Nach dem Krieg der Geist des Achilleus erschien seinem Sohn Neopetolemos und verlangte, dass seine geliebte Polyna vor der Rückkehr dem Achilleus geopfert werde, die Griechen trieben sie vor den Altar, dort tötete sie sich. Priamos' Ehefrau Hekabe wurde eine Sklavin. Lykaon war bereits von Achilleus versklavt und bei einem Fluchtversuch getötet worden. Antenor, der Schwager und Ratgeber des Priamos, wurde verschont, da er immer zu Helenas Rückgabe an die Griechen geraten hatte. Kassandra wurde vom kleinen Ajax vergewaltigt, sie wurde dann eine Konkubine Angamemnons und mit ihm in Mykene ermordet. Neopetolemos versklavte Andromache, die Witwe des Hector, später ehelichte er sie. Kreuzar wurde bei der Flucht aus Troja getötet. Ihr Ehemann Ineas konnte gemeinsam mit seinem Herold Misenes, seinem Vater Entscheist, dem Heiler Iapix und seinem Söhnchen Ascanios entkommen. Laut jüngeren römischen Sagen, insbesondere Vergilzeneis, landete er nach langen Irrfahrten an der italienischen Küste, Wo seine Nachkommen Rom gründeten, da Ineas göttliche Abstammung war, konnte sich noch Gaius Julius Cäsar ihrer rühmen. Bearbeitungen des Themas Der Trojanische Krieg inspirierte eine Reihe von Werken. Von Homers Ilias unabhängige antike Bearbeitungen des Themas sind neben den nur in Fragmenten überlieferten Werken des epischen Zyklus. Die Trürennen Andromache und weitere Dramen des Euripides, Achas und weitere Dramen des Sophokles. En ist es Fagel, Post Homerica des Quintus von Smyrna, Ephemeris Beli Troiani des Dictus Critensis, Acta di Urna Beli Troiani des Dares Phrygius und Exidium Treu in einem Manuskript der Sammlung von Richard Raff-Linsen. Punkt. Vor allem Dictus und Dares waren die Quellen für die mittelalterlichen Bearbeitungen. Da der griechische Text des Huma nicht mehr greifbar war und die Ilias nur noch in lateinischen Auszügen vorlag, galten diese beiden als die ältesten und verlässlichsten Quellen, da es sich um vorgebliche Augenzeugenberichte des Trojanischen Krieges handelt, in denen auf das Eingreifen von Göttern völlig verzichtet wird. Die in der Chronographia des Johannes Malalas und dem Epitome Historion des Johannes Zonaras sich darstellende Überlieferung der byzantinischen Geschichtsschreibung war den Autoren des lateinischen Mittelalters natürlich ebenfalls nicht mehr zugänglich. Zu den von Dictus und Dares abhängigen mittelalterlichen Bearbeitungen des Stoffes zählt vor allem der Roman D. Troides Benoît de Saint-Mauré von 1161. Davon abgeleitet gab es vielfache weitere Bearbeitungen des Stoffes in Latein, Französisch, Englisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch und anderen Sprachen, die als Trojan-Romane bezeichnet werden und große Verbreitung fanden. Schließlich gedruckt und bis in die Neuzeit gelesen wurden, zu nennen ist hier vor allem die Iliastareti Frügiides Josef von Exeter, die Historia Destructionist Troia Edesquido delle Colonne, die zahlreiche Bearbeiter und Übersetzer fand, und das Buch von Trojades Hansmeier von Nördlingen. Es gab aber auch epische Fassungen, wie den Trojanerkrieg des Konrad von Würzburg mit über 40.000 Versen. Eine Dramatisierung lieferte Georg Gotthard mit der Zerstörung der großen Vnd-Westen-königlichen Stadt-Troia oder Jotelio, die 1598 in Solothurn aufgeführt wurde. Als weitere Bearbeitungen sind zu nennen im ausgehenden Mittelalter Troilus und M. Criside von Geoffrey Chaussure, dann in der Neuzeit Shakespeare's Troilus und Cressida. Le Troins von Hector Belliots und der Trojanische Krieg findet nicht statt von Jean Giraudu. Es gibt verschiedene Übertragungen dieser Sagenstoffe ins Deutsche, man vergleiche nur Friedrich Schillers schwermütiges Gedicht »Das Siegesfest«. Die bekannteste stammt aus dem 19. Jahrhundert von Gustav Schwab. Bis in die 1950er Jahre ein Hausbuch des deutschen Bürgertums, bis dahin setzte man bei jedem Abiturienten die ziemlich genaue Kenntnis des Trojanischen Krieges voraus. Eine speziell für Kinder geschriebene Übertragung stammt von Franz Fühmann. Zu erwähnen ist auch noch Christa Wolfs Erzählung, die 1983 in der DDR verfasst wurde »Kassandra«, in der sie als Beispiel für Weibliche schreiben »Die weibliche, matriarchalische Sicht Kassandras« und im Interfekt ihrer selbst auf die Ereignisse des Trojanischen Krieges und schließlich auch auf die Gegenwart. Schildert, so wird Troja zur Parabel für den Untergang des sozialistischen Europas. Moderne Bearbeitungen stammen oft aus dem Bereich der Fantasy oder der historischen Spekulation, wie in Gisbert Heves' Umsetzung Troja von 1999, die mit einigen sehr eigenwilligen, aber oft auch überzeugenden realistischen Interpretationen der überlieferten Legenden aufwartet. Im Jahr 2002 veröffentlichte die deutsche Metalband »Blind Guardian« unter dem Titel »And there was science« eine 14-minütige musikalische Nacherzählung des Stoffes. Die Geschichte wurde auch zur Grundlage des Fernsehfilms »Helena von Troja« von 2003 und des Kinofilms »Troja« von Wolfgang Petersen aus dem Jahre 2004. Der Kinofilm weicht jedoch bezüglich der Handlung in sehr vielen Punkten von der antiken Überlieferung ab. Der amerikanische Schriftsteller Dan Simmons setzte 2004 die Geschehnisse der Ilias in seinem Science-Fiction-Roman »Ilium« um.